Ja, eigentlich würde ich das schon machen, aber ich würde schon gerne erkunden, aber mir fehlt einfach das Materie, mir fehlt einfach vieles. Diese ganzen blockierten Dinger. Ich muss dahin. Okay, ich weiß nicht. Donner Kiefer Okay, wir brauchen diese Wasserdinger Sein Schwachpunkt ist genau das, was ihn stark macht? Ein Vorrat für die Jagd Ein Vorrat für die Jagd Ein Vorrat für die Jagd Boah das ist immer noch so stürmisch draußen wir brauchen wieder mehr Bären diese Vögel sind übrigens noch nicht diese Pteranodons Alter Donnerkiefer das sind richtige Monster Behemoth Viecher richtig ich frag mich wann der richtige Dschungel losgeht weil von der Umgebung bin ich so ein bisschen enttäuscht weil es ist immer noch Wüste ich weiß nicht Wüste schon wieder aber na gut es ist halt wahrscheinlich immer noch in der Gegend wo es Wüste gibt nehmen wir auch das realistische die reale Welt als Vorbild oh mein Gott Donnerkiefer Level 30 Tschüss es hat uns bemerkt nein der Vogel hat uns bemerkt aber die Lager haben jetzt Anführer ne gehen wir erstmal zu unserem Unterschlupf ja 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 weil ich Stürmerhörner habe wir müssen diese Dinge auf jeden Fall sehr oft auch abschießen dann bekommen wir nämlich was so ja toll gerade der Scharfschutzbogen äh Schussbogen ne obwohl wir haben doch einen besseren mit dem Hartgewebe Scharfschutz äh Schuss Boah Brüllrücken Beutelgewebe und Graserrotorhorn Boah Brüllrücken Beutelgewebe und Graserrotorhorn Lanzenhorn-Zirkulator und Lanzenhorn-Zirkulator Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Stachel? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann nehmen wir das. So, was soll ich hier verbessern? Blitz oder Korresition? Nehmen wir das. Amen. Amen. Warte mal. Hier ist nicht umsonst eine Uhr. So, lassen wir das. Gehen wir das. Erst wenn Nacht ist. Dann werden wir das. Abend. Abend. Das müsste reichen. Das müsste reichen. Das reicht. Nee, das reicht. Nee, das reicht noch nicht. ich will es dunkel haben okay da war jetzt ein lager infiltrieren nämlich wieder meine nur grün glanzfragment hier gibt es verderber ich sollte schock munition nehmen ich 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 Untertitelung. BR 2018 Sie haben Reiterpatrouillen. Ich muss vorsichtig sein. ... 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 Und wenn ich hier rausgehe, bin ich ein leichtes Ziel. Ich kann nicht in mein anderes Versteck, da wird die ganze Zeit was hingeschmissen. Kann der mal aufhören? Oh Mann, ich bin an einer verfickten Stelle. Ich muss woanders hin. Ich hoffe, ich werde dich sehen. Natürlich wurde ich gesehen. Der hat einen Pfeil im Kopf. Ich glaube nicht. Ach, ich bin hier ja auch verkehrt mit meiner Cam-Sicht gerade. Man sieht meine Ausdauern so nicht. Na, verdammt. Ich bin hier nirgendwo richtig. Aber die H-Hat ist ja auch nicht immer da. Was für ein Signal. War der verwackt oder so? Weil er die ganze Zeit geschmissen hat? Weil der war die ganze Zeit auf etwas fokussiert. Als würde er mich sehen. Seht ihr? Jetzt, jetzt bin ich in gelben Radius. Irgendwer stimmt das auch da nicht. Du glaubst nicht, dass wir dich schnappen, hm? Du musst gewusst haben, dass ich dich suchen würde. Irgendwas? Runter, Mann! Sie suchen Abia. Hallo, Eloi! Hey! Es schafft. Ich sollte die Leiche untersuchen. Vielleicht will ich was Nützliches. Ein Schlüssel. Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einem Schloss ist. Oh! 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 Oh nein! Mein Fokus ist gestört! Weißt du, was gibt es? Ich habe ein Virus! Geh weg! Ah, danke. Alter, wie aufgeschmissen man ist, wenn das passiert. Der Gedenkheim wird fallen und damit auch wieder Widerstand. Oh, den habe ich Kopf gegen die Wand zermatscht. Die Rebellen haben Verderber ausgegraben. Vermutlich für Überbrückungsmodule. Voll in den Kopf! Verderber. Werden nach Ersatzteilen ausgeschlachtet. Sie haben offenbar Maschinenteile geplündert. Ah, looten wir mal ein bisschen. Genau, was ich brauche. Ja, Mann! 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 Warum hat der denn jetzt verjagt? Ich mache nämlich gerne noch optionale Sachen dazu. Ich muss mich um die Wache auf dem Turm kümmern, wenn ich unentdeckt bleiben will. Oh Gott! Ah, komm. Ah, komm. Ah, komm. Die Rebellen müssen sie von getöteten Soldaten haben. Ich nehme sie erstmal an mich. Ich entscheide später, was ich damit mache. Die Rebellen müssen sie von getöteten. 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 Die Rebellen müssen sie von getöteten.